Zeuge Willi Hilse, Deutschland, Bundesbahn-Oberinspektor, 116. Verhandlungstag, 27.11.1964. Wie Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen, zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Herr Zeuge, Sie waren während des Kriegs wo bedienstet? Ich war von 1942 bis 1944 in der Güterabfertigung Auschwitz und kam dann in das Wagenbüro der damaligen Reißbahndirektion Oppel. Oppel, also von 1942 bis 1944 in Auschwitz. Und zwar, wann sind Sie dort weggekommen? Im Juli 1944. Im Juli 1944. Herr Zeuge, was hatten Sie dort für einen Dienst in Auschwitz? Ich war erster Vertreter des damaligen Dienstvorstehers, Oberinspektor Badlmiss. Ja. Und der Dienstvorsteher wiederum hatte welche Aufgaben? Ja. Ihm oblag die gesamte Aufsicht über die Güterabfertigung. Der Güterabfertigung unterstellt waren noch die Fahrkartenausgabe, Gepäck-Expressgutabfertigung, Zollabfertigung, Bahnhofskasse, dann die Ostdienstkohlenverteilungsstelle und noch drei große Zuckerabfertigungen. Also das heißt, Sie hatten die Aufsicht über diese Stellen. Selbst ausgeführt haben Sie praktisch keins dieser Ämter. Doch. Nämlich? Mir unterstand unmittelbar der Wagendienst und die Zugabfertigung und die Ostdienstkohlenverteilungsstelle. Also jetzt wollen wir mit der Kohlendienstverteilungsstelle oder wie das heißt, mal nebenbei lassen. Erstens mal die Wagengestellung, ja? Jawohl. Die unterstand Ihnen. Jawohl. Und zweitens die Zugabfertigung. Jawohl. Bezog sich die Zugabfertigung nur auf Personenzüge oder auf Güterzüge? Nur auf Güterzüge. Nur auf Güterzüge. Jawohl. Die Zugabfertigung, bezog dies sich nur auf abgehende Züge oder auf ankommende Züge? Auf beides. Auf eingehende wie auch auf abgehende Züge. Eingehende wie auf abgehende Züge. Also müssen Sie auch Bescheid wissen über die sogenannten RSHA-Transporte vom Reichssicherheitshauptamt, die seinerzeit nach Auschwitz gekommen sind und weitergeleitet worden sind in das Lager. Jawohl. Mir ist bekannt, dass im Mai 44 Transporte von Ungarn gefahren worden sind ins Lager. Herr Zeuge, ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie berechtigt sind, nach § 55 der Strafprozessordnung die Aussage zu verweigern, weil Sie sich nicht selbst einer strafbaren Handlung bezichtigen müssen und weil unter Umständen die Gefahr besteht, dass gegen Sie ein Strafverfahren eingeleitet wird. Wollen Sie nach dieser Belehrung noch Aussagen machen? Jawohl, ich habe nichts zu verbergen. Ja. Belehrt nach § 55. Herr Zeuge, Sie haben also gesagt, Sie wussten, dass derartige Transporte durchgingen. Nun, was für Wehrmachts-, was für Frachtbriefe hatten diese Transporte denn? Soweit ich mich heute noch entsinnen kann, waren sämtliche Züge, die von Ungarn gefahren wurden, in das Lager Auschwitz auf großen Wehrmachtsfrachtbrief abgefertigt. Abgefertigt. Und diese Wehrmachtsfrachtbriefe kamen mit dem Zug, mit dem Begleitpersonal des Zuges an? Ja, der Zugführer, der Zuges, der übergab mir den großen Wehrmachtsfrachtbrief. Oder wenn ich ihm nicht zur Stelle war, wurde er in der Zugabfertigung übergeben, einem Zugabfertiger. Und von dort kam sie dann zu mir. Ja. Und blieben bei ihm? Nein. Soweit ich mich heute noch entsinnen kann, sind sämtliche große Wehrmachtsfrachtbriefe nach Oppeln geschickt worden. Nach Oppeln? War das die Direktion? Ja, das war die Direktion. Ja. Nun, Herr Zeuge, was stand denn ungefähr auf seinem Frachtbrief drauf? Ja, auf der Vorderseite war der Aufdruck großer Wehrmachtsfrachtbrief. Und der Frachtbrief enthielt dann alle Angaben für die Abfertigung des Wagens und die Frachtberechnung. Und auf der Innenseite des Frachtbriefes, soweit ich mich entsinnen kann, muss also die Wagen- oder die Achszahl des Zuges gestanden haben und auch die Zahl der in den Zügen beförderten Personen. Denn das war ja wichtig für die Abrechnung mit der Wehrmacht oder beziehungsweise mit der Waffenmeersessen. Also, da das sich ja um Güterzüge gehandelt hat, muss ja nach meinem Dafürhalten unter allen Umständen auch der Inhalt dieses Transportes gekennzeichnet gewesen sein. Ja, zweifellos. Und Sie sagen, das war die Anzahl der Personen, die da drin gewesen sind in den Zügen. Ja, und die Achszahl des Zuges. Und die Achszahl des Zuges. Ja. Nun, sagen Sie, wie viele Menschen waren denn in einem solchen Kühlerwagen drin? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Sämtliche Wagentieren waren dicht geschlossen, also man hatte keinen Einblick in die einzelnen Wagen, standen lediglich die Luftklappen offen. Ja, aber Sie hatten doch den Frachtbrief, wo was drauf stand. Ja, das ja. Na, was stand denn da drauf? Da kann ich mich heute nach 20 Jahren... Ja, also ich meine natürlich nicht, dass Sie mir genau auf den einzelnen Menschen da die Zahl nennen können. Aber so ungefähr, ich meine, was war denn ungefähr so die Zahl der Verladenen, die da drin waren? Sie machen sich doch da auch, wenn Sie so einen Frachtbrief sehen, irgendein Bild nicht, dass Sie sagen, na, also wir befördern meinetwegen, um meine Zahl zu nennen, 20 Stück Vieh da drin. Und jetzt kommen da Leute mit 50 oder 60 Menschen oder 70 oder 100, ich weiß ja nicht, wie viele drin waren, dass Sie sich Gedanken gemacht haben, nur das ist ja ein Transport, der ist schlimmer als ein Viehtransport. Ja, ich schätze, dass in jedem Wagen vielleicht 50 bis 60 Personen gewesen sind. Wenn nun der Zug mit der höchst zulässigen Wagenzahl, also es sind 60 Wagen ausgelastet war, müssten das meines Dafürhaltens 3.600 Menschen ergeben, nicht? Ob das nun in jedem Fall zutraf, das kann ich natürlich nicht sagen. Das wissen Sie nicht. Und wie viele Transportzüge sind denn ungefähr gekommen in Ihrer Zeit? Also ich kann mich ganz genau noch entsinnen, und zwar um eine Zahl zu nennen, etwa 120. Es kann natürlich mehr, es kann natürlich auch weniger gewesen sein, nicht? Das kann ich heute nicht mehr mitbestimmt sagen. Und zwar in der Zeit, in welcher Zeit ungefähr? Ja, von Mai 1944 begannen die ersten Transporte. Mai 1944, bis Sie weggegangen sind im Juli 1944? Ja, das kann ich nicht sagen. Ob bei meinem Weggang im Juli 1944 nach Obeln... Juli. Juli. Ja. Die Transporte aus Ungarn beendet waren... Nein, das können Sie nicht sagen. Ich meine nur, bis zu Ihrem Weggang im Juli 1944 schätzen Sie ungefähr 120 Transporte aus Ungarn. Ja. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Noch das Gericht fragen? Nein? Herr, bitte schön. Herr Zeuge. Sie sagten, Sie hatten mit dem Wagendienst, mit all dem zu tun. Ja. Zunächst eine Frage. Wie waren die Züge zusammengestellt? Waren das M-Wagen deutscher Art, oder waren auch umgespurte M-Wagen russischer Art, also Vierachser dabei? Also, es waren alles gedeckte Wagen. Also eben waren? Gedeckte Wagen, ja. Ja. Nun war es ja während der Kriegszeit doch so, dass alle Wagen, auch von denjenigen Eisenbahnverwaltungen, die von uns besetzt waren, freizügig verwendet werden konnten. Ja. Ich muss also annehmen, dass auch in diesen Transporten fremde Eisenbahnwagen enthalten waren. Nicht nur allein waren der damaligen deutschen Reisbahn. Ja. Das waren nun ganz, ganz Züge waren das alles? Ganz Züge, ja, ja. Ganz Züge. Wurden dann entseucht? Dort wurden sie entseucht. Was wurde dann aus den Zügen? Dann nehme ich an, sind sie aller Wahrscheinlichkeit, das war keine Angelegenheit des Wagendienstes, auch nicht der Güterabfertigung Auschwitz, aber ich vermute das, dass diese zusammengestellten Züge in gleichlaufenden Tunnels immer wieder nach Ungarn gefahren worden sind. Ja. Es muss ihnen hier aufgefallen sein, wenn nicht mehr gleichartige Züge wiederkamen. Ja, das konnten wir nur kontrollieren anhand der Wagennummern. Eben. Aber wagendienstlich gesehen haben wir... Sie sagten ja wagendienstlich gesehen, das wagendienstlich unterstand Ihnen auch, haben Sie uns vorhin gesagt. Ganz recht. Das bedeutet, dass wenn ein Zug aus Ungarn kommt und Endstation in Auschwitz ist, dass eine gewisse wagendienstliche Kontrolle ja durchgeführt werden muss. Nein, in diesem Falle nicht. Warum nicht? Wir konnten das deshalb nicht, weil die Züge, wenn sie in Auschwitz ankamen, umgespannt wurden. Das heißt also, es wurde eine Rangierlok beigestellt und der Zug wurde unmittelbar in das eigentliche sogenannte KG, diesen Ausdruck erwähne ich mal hier, man bezeichnete das als Kriegsgefangenenlage, das war also das eigentliche Vernichtungslager. Dort wurden die Züge sofort zugefahren. Sie wurden zurückgedrückt und kamen wieder in den Bahnhof mit einer neuen Maschine bespannt und wurden dann in den Entschuldungsanstalten zugefahren. Wir hatten also keine Möglichkeit... Sie tragen keine Feststellung, ob etwa ein Heißläufer dabei war? Das ist nicht Angelegenheit des Wagendienstes, wo der Güter abfällt, dann muss der Bahn... Wer machte das denn in Auschwitz? Das ist der Betrieb. Und? Die Rangier... War der Betrieb eingeschaltet? Ja, auf jeden Fall. Ist soweit. Und Sie wissen also auch nicht, ob die Züge in Auschwitz im Lager aufgeteilt werden mussten, ob der Zug in seiner ganzen Länge einfahren konnte? Soweit mir bekannt ist, der Zug in seiner ganzen Länge in das Lager gefahren wurde. Ohne weiteres? Es brauchte nicht geteilt zu werden? Nein. Es brauchte nicht auseinandergezogen zu werden? Waren Sie mal da draußen? Ein einziges Mal. Und wann? Bei welcher Gelegenheit? Ja, ich hatte dienstlich dort draußen zu tun. Der Zutritt zu diesem Vernichtungslager war uns Eisenbahnen grundsätzlich verboten. Und wo hatten Sie dienstlich zu tun? In diesem Vernichtungslager. Ich kann aber nicht mehr sagen, aus welchem dienstlichen Grunde ich da drin zu tun hatte. Und wie kamen Sie da rein? Ich bin auf der Lok gefahren. Auf der Lok? Auf der Lok. Schauen Sie sich mal da diesen Plan an. Entspricht das Ihrer Erinnerung? Sehen Sie das Gleis links, das Gleis, was da reingeht? Gehen Sie doch ruhig mal hin. Sehen Sie sich das an. Ja, das wollte ich gerade von Ihnen hören. Wir hatten einen Anschluss in das eigentliche Verwaltungslager, der unmittelbar in der Nähe der Güterabfertigung vorbeiführte. Ja, das ist da drüben, das Lager. Da ist der Anschluss nicht mehr drauf. Ja, das scheint mir das hier zu sein. Das ist das Vernichtungslager. Ach, das? Das ist nicht der Verwaltungsanschluss. Ja, das kann sein. Ich kann mich noch ganz gut entsinnen, dass hier zwei Gleise waren. Zwei Gleise, sagen Sie? Zwei Gleise, ja. Das weiß ich. Und das war der Eingang hier. Das stimmt auch. Ich entsinne mich ganz genau hier auf diese beiden Toreingänge hier mit den Böen. Ja, Sie sagten, Sie fuhren also auf der Lok da rein in dieses Lager. Ja? Ja, bitte schön, legen Sie die Stange wieder hin und können Sie es wieder her setzen. Sie fuhren in das Lager rein. Ja. Und, bleiben Sie auf der Lok stehen. Was machte die Lok? Was geschah dann? Die Lok hat gar nichts gemacht. Die blieb so lange am Zuge, bis die Wagen entladen wurden. Also die Lokotivführer, die blieben dabei, bis die Wagen entladen wurden. Was machten Sie damals? Ich bin damals in das Bürogebäude gegangen. Also das ist dieses... Wo das B da steht, wo, nicht? Ganz recht hier vorne mit diesen Runden Eingängen. Ich habe dort meine Sache erledigt. Was haben Sie erledigt da? Das kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen. Was das für eine dienstliche Angelegenheit war, das kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Das muss doch immerhin recht wichtig gewesen sein, wenn Sie da in dem einen Fall mit dem Transport ins Lager reingefahren sind. Zweifellos. Und ich bin auch, das möchte ich hier erwähnen, fast nicht mehr aus diesem Lager herausgekommen. Und warum nicht? Ja, weil ich keinen besonderen Ausweis bei mir hatte, um überhaupt dieses Lager betreten zu können. Wir hatten lediglich... Ja, und die Lokführer, hatten die den Ausweis? War das Auschwitzer Personal oder war das das Streckenpersonal? Das war Auschwitzer Rangierpersonal. Das war nicht das Streckenpersonal? Nein, kein Fall. Die Streckenlok war abgehängt und ein Rangierlok hat den Zug eingesucht. Jawohl. Und das Auschwitzer Rangierpersonal hatte besondere Ausweise? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Denn letzten Endes, die Ziege mussten ja letzten Endes doch reingefahren werden. Die waren ja nur auch drin. Warum hat man Ihnen Schwierigkeiten gemacht? Ja, weil ich eben keinen Ausweis hatte. Es war ein... Wenn, also für dieses Lager... Also dieses Lager durfte man grundsätzlich nicht betreten. Ich bin aber reingefahren auf eigene Verantwortung, weil ich dort irgendetwas aus dienstlichen Gründen zu erledigen hatte. Und das habe ich auch gemacht. Und ich wäre beinahe nicht mehr aus dem Lager herausgekommen, aus diesem eigentlichen Vernichtungslager. Weil ich nicht, eben keinen Ausweis für das Betreten dieses Lagers bei mir hatte. Nun wollen wir uns mal aus Ihren Tätigkeiten, Ihrem Aufgabenbereich zurückerinnern, was das gewesen sein könnte. An sich hatten Sie ja doch nur zu kontrollieren, nicht die technische Zugabfertigung, sondern die Abfertigung der Papiere. Die Abfertigung der Papiere auch nicht. Sondern? Da war die Versandabfertigung da. Aber Sie waren doch vorgesetzt. Mir unterstand nur der Wagendienst. Nur der Wagendienst? Nur der Wagendienst. Ich hatte mit dem Versand oder Empfang... Was könnte also der Grund gewesen sein, dass Sie damals da reingefahren sind? Das kann ich Ihnen sagen. Innerhalb Ihrer Tätigkeit? Überlegen Sie mal. Aus Ihrem Aufgabenbereich heraus. Und es waren ja nicht so viele Details, was Sie zu tun hatten. Das kann ich heute nicht mehr sagen. Können Sie nicht mehr sagen? Nein. Ich weiß nur so viel, dass die Güterabfertigung hatte einen Verbindungsmann. Ja. Vom Lager zur Güterabfertigung. Und dieser Verbindungsmann, das war ein SS-Unterscharführer, der holte die Frachtbriefe von der Güterabfertigung ab. Und er brachte also auch wieder Nein in das Lager. Und da kann ich mich von entsinnen noch, dass ich ihm diese Sache gegeben hatte, damit er sie vielleicht erledigen konnte. Das war aber nicht möglich. Und ich musste aus... Deshalb musste ich in dieses besondere Lager da rein. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, aus welchem Grund ich dachte. Nun, etwas anderes zu den Frachtbriefen. Es musste für jeden Zug, der ankam, ein Frachtbrief vorhanden sein. Jawohl. Der musste Ihnen übergeben werden. Jawohl. Nun musste der Frachtbrief auch aus zwei Gründen richtig deklariert sein. Einmal aus Verkehrssicherheitsgründen. Die Waggons durften dann nicht überladen sein. Und zweitens aus Gründen der Bezahlung. Ist doch wohl klar. Jawohl. Und in welcher Art haben Sie das überprüft, beziehungsweise wenn Sie es nicht überprüft haben, haben Sie es gemeldet, was geschah da? Oder hatten Sie Anweisungen, dass das nicht überprüft werden durfte? Die sind nicht überprüft worden, die Frachtbriefe. Wer hat Ihnen Anweisungen gegeben, dass Sie es nicht überprüfen sollten? Wir konnten sie auch praktisch gar nicht überprüfen. Ja, wenn Sie es nicht überprüfen konnten, musst du es eine Meldung machen. Die brauchte ich nicht. Warum? In den Frachtbriefen stand ja nicht die Wagenzahl oben oder die Wagennummer. Anders wäre es gewesen, wenn der Frachtbrief... Sie hatten auch einen großen Wehrmacht-Frachtbrief. Ganz recht. Da war der Transport auf der zweiten Seite genau deklariert. Ganz recht. Ja, eben. Aber es waren nicht die Wagennummern angegeben. Wenn ich also als Wagendienst... Die Wagennummern nicht, ja. Sie sagen vom Wagendienst aus, konnten Sie nicht kontrollieren. Ganz recht. Wer hat nun den Inhalt kontrolliert? Ja, das ist dann in Oppeln geschehen. Die Frachtbriefe... In Oppeln konnten Sie es nicht mehr tun. Denn in Oppeln war der Zug leer. Da stand er inzwischen in Misslowitz zur Entseuchung. Es waren doch... Aber in den Frachtbriefen waren doch die Achszahlen angegeben. Immerhin konnte das verglichen werden... Ja, und im G-Waren, im 40-Tonner-G-Waren durften rein 50 bis 60 Menschen äußerstenfalls. Und wir haben hier Zeugen gehört, dass da über 100 drin waren. Das war zum Beispiel etwas, was kontrolliert hätte werden müssen. Also wenn ich rangegangen wäre an einen Transportzug, der unter strenger Bewachung der SS stand, dann hätten Sie mich zweifellos erschossen. Ich will Ihnen hierzu nur einen Fall nennen. Es war im Sommer des Jahres 1944. Da stand ein Transportzug von Ungarn im Bahnhof Auschwitz, unmittelbar gegenüber der Güterabfertigung. Die Wagentüren waren geschlossen. Nur die Luftklappen waren offen. Und eine Frau hielt ein kleines Kind im Arm und rief fortlaufend nach Wasser. Ich habe mir dann ein Herz gefasst. Ich habe dann einen Krug Wasser genommen und bin rangegangen an den Zug. Und als ich in unmittelbarer Nähe des Betreffenden des Wagens stand, kam sofort ein SS-Mann an mich heran und fragte, was ich hier zu suchen habe. Ich habe ihm daraufhin geantwortet, ich möchte dieser Frau den Krug Wasser geben. Die Antwort des SS-Mannes, wenn Sie nicht sofort weggehen hier von dem Wagen, schieße ich Sie tot. Sie waren doch in Uniformen und hatten auch eine Pistole dabei. Nein, die hatte ich nicht. Wieso? Das war doch ein Bereich, wo die Bahn bewaffnet war. Nein, keinesfalls. Sie waren bei Ihrer Dienststellung. Nein, keinesfalls. Kein Eisenbahner war in Auschwitz mit einer Waffe ausgerissen. Sie waren doch Reichsbahninspektor damals, oder? Ich war Reichsbahninspektor, jawohl. Und Sie haben doch gewisse bahnpolizeiliche Befugnisse auch? Gewiss. Wir hatten ja außerdem auch noch die Bahn. Die Bahn hat doch bei Wehrmachttransporten, wenn irgendetwas den Bahngesetzten widersprach, auch eingegriffen. Ja, da war ja die Bahn. Da war doch die Bahnpolizei. Sie hatten doch auch in Auschwitzbahnpolizei. Ja, die war auch da. Und es war ja auch ungesetzlich, dass in Transporten Leute am Verdürsten waren. Da wurde keine Bahnpolizei geholt. Das weiß ich nicht. Na, danke schön. Herr Schaßmann. Sie sagten, dass Sie ab 1942 dort waren. Ab wann war das denn? Im September 1942, bitte. Im September 1942. Und Sie sprachen von 120 Transportzügen und bezogen das ausdrücklich darauf, dass es sich hier um die Ungarn-Transporte gehandelt hat. Wie ist es denn sonst gewesen? Ab wann sind denn Ihre Erinnerung nach Transportzüge, Güterwagen mit Menschen, die also vernichtet werden sollten, angekommen? Tja. In einer Weise über die Transporte, die nach Auschwitz kamen, unterrichtet worden. Ja, wieso haben Sie denn nun erfahren, dass das Ungarn-Transporte waren? Ja, ich hatte ja die Frachtbriefe. Und die Frachtbriefe waren doch verstanden. Und auf diesen anderen Frachtbriefen, welche Länder waren denn da angegeben? Da sind keine Frachtbriefe gekommen. Waren Frachtbriefe nur bei den Ungarn-Transporten? Jawohl. Sonst waren keine Frachtbriefe? Nein. Die sind zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten in das Lager gefahren worden. Wir haben, wenn überhaupt, oder wenn Transporte in das Lager gekommen sind, dann haben wir das dann dadurch erfahren, dass uns die Zugabfahrt oder die Rangierpersonale gesagt haben, heute Nacht sind meinetwegen zwei oder drei Transportzüge ins Lager gefahren worden. Sonst hatten wir überhaupt gar keine Ahnung. Ist Ihnen etwas darüber bekannt, ab wann die Züge direkt in das Lager hineinfuhren? Also, ab wann dieses Gleis dort fertiggestellt war? Ja, ich nehme an, dass das 1943. 1900? 1943. 1943? Ab 1943, ja. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, denn der Ausbau des anderen Bahnhofteils, das war Angelegenheit der Bahnmeisterei. Das ging die Güterabfertigung gar nichts an. Ist Ihnen denn etwas darüber bekannt, wo früher die Züge hielten, zum Ausladen der Leute, ehe Sie also da bis ganz ins Lager hineinfahren konnten? Tja. Bestand da auch ein Gleis in Richtung auf Birkenau? Der Name Birkenau ist Ihnen doch sicherlich bekannt. Ja, der ist mir bekannt, ja. Tja. Wo Sie da die Leute ausgeladen haben, das kann ich Ihnen nicht sagen. Gut, das wissen Sie nicht. Haben Sie mal irgendetwas zu tun gehabt mit der Kommandantur des Konzentrationslagers? Sonst nicht? Nein. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch eine Frage an den Angeklagten Boger richten. In Ihren früheren Aufzeichnungen befindet sich einmal ein Satz. Die Ankunft der Judentransporte aus fast allen von deutschen Truppen besetzten Ländern Europas erfolgte periodenweise sehr unregelmäßig. Jeweils kamen in den einzelnen Perioden mit täglichen Unterbrechungen 1 bis 6 Transporte mit 1.000 bis 3.000 Personen beiderlei Geschlechts und jeden Alters an. Entspricht das auch noch Ihrer heutigen Erinnerung? Können Sie auch noch etwas sagen über die Gesamtzahl der nach Auschwitz deportierten Menschen? Da ist auch was drin enthalten. Da ist auch was drin enthalten, ja. Aber da möchte ich schon erkläutern, wie das zustande gekommen ist damals. Ich will Sie zunächst einmal in Erinnerung bringen. Da ist die Gesamtzahl der in Auschwitz durch Begasung, Erschießung, Strang, Zeugen getöteten Häftlinge, wird nie mehr genau zu ermitteln sein, übertritt aber sicher nach vorsichtiger Schätzung weit über 4 Millionen. Die Zahl, die stammt nicht von mir. Von Hustek Erber, ja. Auch nicht. Sondern? Von Hustek Erber stammt die Zahl. Dass ungefähr 4 Millionen, die ich natürlich auch nicht kontrollieren konnte, dass ungefähr 4 Millionen im Gesamten nach Auschwitz gekommen sind. Also im Einlieferung und im Durchgang. Sie schreiben aber doch ausdrücklich hier von getöteten Häftlingen. Herr Staatsanwalt, ich hätte darum gebeten, genauso wie es im Falle Brot verfallen war, dass das Ganze, was damals mir die Protokolle der verschiedenen Vernehmungen, die damals in Ludwigsburg, in Zuffenhausen, in Dachau gemacht wurden und außerdem Niederschriften, die mir immer wieder zurückgegeben, besprochen und korrigiert wurden. Ich kann ja nun nicht sagen, wie das alles zusammengekommen ist, was Sie heute hier vorliegen haben. Deswegen wäre es mir angenehmer gewesen, Sie hätten mir das Ganze vorgelesen. Dann hätten wir Punkt für Punkt Stellung nehmen können dazu. Na, das ist ja schließlich meine Schuld, denn Sie haben ja erklärt, Sie wollten in diesem Verfahren keine Angaben mehr machen. Ja, aber nun muss man aber auch berücksichtigen, wie das Ganze zusammengekommen ist, das heute nun als Protokoll hier vorliegt. Ja, können Sie das mal schildern? Wollen Sie sich dazu äußern? Das sind eine Vielzahl von Vernehmungen, die sowohl in Ludwigsburg, zuerst war ich dort im Zuchthaus untergebracht auf 6 Wochen, da wurde ich in der ersten Zeit täglich vernommen von verschiedenen amerikanischen Vernehmungsleuten, dann im Lager Osweil, anschließend im Lager Ludwigsburg. SS oder aus Ordnungspolizei? Tja, ich weiß nur so, das kann ich nicht ohne weiteres sagen und auch nicht beurteilen, ich weiß nur so viel, dass sämtliche Züge unter starke Bewachung standen, dass die Leute alle die SS-Wuniform trugen. Hat sich der Transportführer jeweils mit Ihnen in Verbindung gesetzt bei Ankunft in Auschwitz? Nein, in keiner Weise. Ich habe nur Verbindung gehabt mit dem Zugführer, mit dem Zugführer der damaligen Deutschen Reisbahn, der mir, wie ich schon vorhin erwähnt habe, die großen Wehrmachtsfrachtbriefe übergeben hat. Oder zum Teil sind sie auch an anderen Leute übergeben worden, die in der Güterabfertigung Dienst getan haben, wenn ich nicht da war. War Ihnen der Ausdruck RSHA-Transporter ein Begriff und waren diese Wehrmachtsfrachtbriefe rechts oben oder an einer anderen Stelle mit RSHA markiert? Ich habe diesen Ausdruck oder dieses Stichwort, wenn ich so mal sagen soll, nicht gehört. Und ich weiß auch nicht, ob oben, wie Sie sagen, in der rechten Ecke des großen Wehrmachtsfrachtbrief ein entsprechender Hinweis war oder vielleicht das Dienstsiegel einer SS-Stelle oben war. Das kann ich heute nicht mehr sagen. Wie haben Sie vom Zugdienst, vom Bahndienst denn untereinander diese Transporter bezeichnet? Ja, man hat damals immer den Ausdruck gebracht, gesagt oder gehabt, Judentransporter aus Ungarn. Warum machen Sie eine so scharfe Zäsur immer zwischen, also so einem Abschnitt zwischen dem Beginn der Ungarnaktion und der vorherigen Zeit? Sie haben doch auch vorher Laufentransporte bekommen. Ja, gewiss, aber diese Transporte sind von uns, von der Güterabfertigung, gar nicht, also die haben wir gar nicht gewusst. Die sind reingelaufen in das Lager zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten und die Züge sind entladen worden und sind wieder rausgedrückt worden und sind dann in Entseuchungsanstalten gefahren worden. Davon haben wir gar nichts gewusst und auch gar nichts gesehen. Hier aber war es, hier wussten wir aber, dass Transporte in Auschwitz einliefen dadurch, dass uns die großen Wehrmachtsfrachtbriefe zugestellt wurden. Hat, bevor diese Transporte von Ungarn einliefen, eine Konferenz stattgefunden zwischen Ihnen, Ihrem Vertreter auf der einen Seite, Vertretern der Kommandantur oder sonst jemand auf der anderen? Nicht bekannt. Ja, sind Sie völlig überrascht worden von diesen Transporten, die auf einmal eingingen? Jawohl. Wir sind, die Züge liefen ein und wir sind vor die Tatsache gestellt worden, dass jetzt eben ein Transport mit jüdischen Häftlingen hier ins Lager gefahren werden sollte. Sind Sie denn nicht vorbereitet worden darauf, dass jetzt auf einmal verstärkt Transporte Tag und Nacht einlaufen? Ja, gewiss waren wir überrascht, wenn an manchen Tagen vielleicht zwei oder drei oder vier oder fünf Transporte in Auschwitz einliefen, nicht? Das hat uns natürlich überrascht. Herr Riesmann-Aumann, ich bitte Ihre weiteren Fragen zunächst zurückzustellen. Wir müssen in die Mittagspause eintreten, weil ich ein auswärtiges Gespräch erwarte. Die Sitzung wird um drei Viertel zwei fortgesetzt. Herr Zeuge, Sie haben uns wegen der Ungarn-Transporte gesagt, dass es sich um 120 Züge gehandelt hätte, etwa. Nun ergibt sich aus den verschiedenen Berichten und Zusammenstellungen, die Sie Gegenstand eines Parallelverfahrens bilden, dass insgesamt 147 Züge mit 437.400 Personen in der Zeit zwischen dem 15. Mai und 7. Juli in Auschwitz aus der Ungarn-Aktion eingetroffen sind. Würde das mit Ihren eigenen Schätzungen und mit Ihrem eigenen Wissen übereinstimmen? Ich widerspreche dieser Frage. Das, was Herr Ormond in die Frage hineinlegt, ist nicht in den Parallelprozess festgestellt worden. Mir ist davon nichts bekannt. Es steht in der Anklageschrift. Und in der Anklageschrift ist doch, das müssen Sie doch wissen, kein Beweismittel. Die Anklageschrift sind die Behauptungen der Staatsanwaltschaft. Also, dann wollen wir doch die Frage so formulieren. In dem Prozess, offensichtlich, wird von der Staatsanwaltschaft behauptet, es seien vom 15. Mai 1944 bis zum 07.07. 1944 etwa 147 Züge mit 437.000 Personen. Herr Zeuge, ich glaube ohnehin, dass Sie uns so genau keine Auskunft geben können. Aber könnte das unter Umständen übereinstimmen mit dem, was Sie uns heute Morgen gesagt haben? Sie haben heute Morgen geschätzt auf 120 Transportzüge mit je 40 bis 60 Güterwaren etwa, sagten Sie, und haben also da herausgerechnet, aus einem Zug etwa 3.000 bis 3.500 Menschen, nicht? Das zu beurteilen ist doch aber wohl Sache des Gerichts und keine Zeugenfrage. Ich widerspreche deshalb der Frage eben. Nein, der Herr Rechtsanwalt Ormond will ja lediglich dem Zeugen eine Frage vorlegen, die dahin geht, ob diese Schätzung, die er uns heute Morgen gegeben hat, ob diese Schätzung von ihm eventuell rektifiziert werden kann, wenn er hört, dass die Staatsanwaltschaft derartige Behauptungen aufgestellt hat. Wissen Sie etwas Genaueres über die Zahlen, als das, was Sie uns gesagt haben heute Morgen? Ich bleibe bei meinen Aussagen. Sie bleiben bei Ihren Aussagen. Herr Zeuge, ist es richtig, dass jedem dieser Güterzüge ungefähr zwei Personenwagen für das Begleitpersonal und noch ein Sonderwagen beigefügt waren? Das kann ich mit 100 Prozent der Sicherheit nicht behaupten, denn ich bin weder an der Zugspitze noch am Schluss des Zuges gewesen. Die Möglichkeit besteht aber, dass ein Packwagen beigestellt war, denn letzten Endes musste ja der Zugführer, der musste ja auch in irgendeinem Wagen fahren. Ob nun am Schluss des Zuges ein besonderer Personenwagen mitgeführt worden ist für die Bewachungsmannschaft, das kann ich im Einzelnen nicht sagen. Das weiß ich nicht. Weitere Frage, Herr Zeuge. Sie haben vorhin erklärt, dass manchmal zwei bis drei Züge eingetroffen sind. Wie viele Züge konnten zur gleichen Zeit in das Lager Auschwitz hineinfahren und dort abgestellt werden? Höchstens zwei Züge. Zwei. Die Gleisanschlussgleise oder die Gleisanlage dort in das eigentliche Vernichtungslager in Birkenau, das sieht ja nun doch zwei Gleise vor. Also mit hin konnten ja doch nur zwei Züge dort Platz haben. Ist Ihnen bekannt, nach welchen Seiten, etwa von den Berichten des Bahnpersonals, nach welchen Seiten ausgestiegen wurde? Kennen Sie diese Aufnahme von den Gleisen? Ja, die kenne ich. Also wenn ich in dem Lager gestanden habe, wenn ich hier in diesem Gleisabschnitt oder hier in diesem Vernichtungslager gestanden habe, dann war an der linken Seite die Straße und links von der Straße waren laute Baracken mit hohen Drahtzäunen umgeben. Und soweit ich mich entsinnen kann, war das hier ein Frauenlager. Folglich konnte das Aufsteigen der Häftlinge nur auf die linke Seite folgen. Verstehe ich nicht, warum das folglich nur auf die linke Seite sein kann. Weil dort ein Lager war? Nein, weil dort die Straße war. Ja, aber da war doch eine Rampe, wenn uns hier recht berichtet worden ist. Da war doch eine Rampe. Und auf diese Rampe stiegen doch die Leute aus. Und von dieser Rampe wurden sie dann geführt auf die Straße. Aber ich weiß nicht, warum das Aussteigen notwendigerweise auf der Seite erfolgt sein muss, wo eine Straße lief. Herr Präsident, man kann auch die Frage nicht so stellen, auf welche Seite ausgestiegen wurde. Das ist doch, bei jedem Mal konnte es verschieden sein. Es gibt doch nicht eine Antwort für das Aussteigen auf mehrere Wundertransporte. Der Zeuge weiß es entweder, dann soll er uns sagen, was er weiß. Oder er weiß es nicht, dann soll er uns auch sagen, dass er nichts weiß. Er war ja nur einmal da. Und der Herr Ormond hat eben fragen wollen, ob ihm sonstige Berichte oder Meldungen oder so etwas gehabt hat, woraus das hervorgegangen ist. Also, was Sie für möglich halten, das ist nicht so wichtig hier, als das, was Sie selbst erfahren haben. Sei es aufgrund eigener Wahrnehmung, sei es aufgrund von Berichten und Meldungen, die Sie damals gemacht bekommen haben. Ich habe dann keine weitere Fragen. Keine weitere Fragen mehr, Herr Rabe. Eine Frage. Herr Zeuge, Sie nannten heute Ihren Vorgesetzten in Auschwitz, ich glaube, Sie nannten den Namen Bartelmess. Lebt dieser Mann noch? Ja, ich lebe. Herr Staatsanwalt, der wohnt in Nürnberg, ist dort Bundesbahnhof. Ich widerspreche der Frage. Verzeiht Sie, Herr Staatsanwalt, ich habe eben den Zeugen gefragt. Ich weiß es vielleicht besser als der Zeuge. Der kennt den doch gar nicht. Ich widerspreche der Frage. Ich habe Sie ja hier nicht befragt eben. Also, es ist der Zeuge gefragt worden, ob der Herr Bartelmess heute noch lebt. Und warum widersprechen Sie der Frage? Weil diese Frage weder mittelbar noch unmittelbar mit den angeschuldigten Taten laut Eröffnungsbeschluss im Zusammenhang steht. Wieso? Der Herr Bartelmess, die Frage nach dem Herrn Bartelmess, klärt lediglich dessen Aufenthaltsort. Und warum soll der Aufenthaltsort eines Mannes, der eventuell als Zeuge in Frage kommen könnte, weil er unter Umständen etwas Näheres weiß von diesen Transporten, warum soll der nicht wichtig sein? Also, ich würde die Frage zulassen. Wissen Sie, wo der Herr Bartelmess wohnt und ob er noch lebt und wo er sich aufhält? Ja, Herr Bartelmess lebt noch. Zwar lebt er in Nürnberg. Er war erster Vertreter von dem Dienstvorsteher der Güterabfertigung Nürnberg. Es ist durchaus möglich, dass er in der Zwischenzeit pensioniert worden ist. Aber ich nehme an, dass er auch heute noch in Nürnberg ist. Noch eine Frage, Herr Rechtsanwalt. Herr Rechtsanwalt Dr. Reiners. Herr Oberinspektor, haben Sie sich über die Mittagspause noch einmal mit den Dingen, mit denen Sie heute Morgen befasst wurden, beschäftigt? Nein. Nicht? Ich habe meine Aussagen gemacht hier. Sie haben nicht darüber nachgedacht noch einmal, was Sie da heute Morgen so... Nein. Nicht? Nehmen wir das zur Kenntnis. Ich bin aber vielleicht aus anderem Zusammenhang nun die Antwort eingefallen, die Sie dem Herrn Ergänzungsrichter schuldig geblieben sind, was nämlich der Anlass war, warum Sie das einzige Mal dort in Birkenau auf der Rambe waren. Das kann ich Ihnen auch jetzt nicht sagen. Ich darf Ihnen vorhalten, dass mir das auffällt. Sie erinnern sich an das eine Mal. Immerhin ein eigenartiger, besonderer Vorfall. Sie erinnern sich daran, dass Sie, das ist mir hier eingefallen, mit dem Ergänzungsmann, dem SS-Unterführer sprechen wollten. Sie erinnern sich daran, dass Sie selbst hinfahren mussten, weil es so nicht ging. Sie erinnern sich auch daran, dass Sie Schwierigkeiten hatten, das Lager zu verlassen. Ja, das stimmt. Und deshalb fällt mir auf, dass Sie nun eigentlich den Grund der ganzen Herrlichkeit der ganzen Veranstaltungen, was hier Ihnen entfallen ist. Ja, dazu muss ich Folgendes sagen. Denken Sie mal an, in der Zwischenzeit sind über 20 Jahre vergangen. Vielen Dank, das ist mir auch ohnehin bekannt, danach hatte ich Sie nicht gefragt. Ich hatte gefragt, ob Ihnen, nachdem Ihnen diese Nebendinge so ganz plastisch in Erinnerung sind, Ihnen inzwischen vielleicht auch die Hauptsache eingefallen wäre, aber Sie sagen mir, ja, Sie hätten keinen Anlass gehabt, um über die Mittagspause darüber nochmal nachzudenken. Nein, ich kann mich auch heute auch jetzt nicht daran erinnern, weshalb ich da draußen gewesen bin. Aha. Naja, also ich habe gedacht... Also muss es unbedingt eine dienstliche Angelegenheit gewesen sein, seien denn auch das Feinsticken, wäre ich doch nicht da draußen gewesen. Das ist etwas ganz anderes, das wollte ich nicht wissen. Herr Oberinspektor, Sie sagten vorhin, diese Wagen, die da kamen, wären wohl des Öfteren dieselben gewesen, die dann also von Ungarn kamen, ausgeladen, entlaust und so weiter wurden und dann wieder zurückrollten. Sagen Sie mal, waren auch die Zugführer und das Begleitpersonal, also die Eisenbahnbeamten, die mitfuhren, waren das auch öfters dieselben? Das kann ich nicht sagen. Waren das auch? Bitte? Wie war die Frage? Ob das auch öfters dieselben waren? Öfters dieselben waren. Immer andere oder wie? Sie müssen Folgendes bedenken, wenn ein Zug in Ungarn auf irgendeinem Bahnhof abgefahren wird oder hier in der Bundesrepublik oder ganz gleich bei einer anderen fremden Eisenbahnverwaltung, doch das Eisenbahnpersonal, das Begleitpersonal niemals vom Versandbahnhof bis zum Bestimmungsbahnhof mitfährt. Das ist ja keine Antwort. Das könnte doch inzwischen dann wie immer dieselben gewesen sein, die bis zum Bestimmungsbahnhof dann fuhren. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich stelle die Frage aus dem Grunde, weil Sie auf die Frage, ich glaube auch wieder des Herrn Ergänzungsrichters, sagten, Sie hätten sich niemals mit dem Zugpersonal oder dem Begleitpersonal oder der Wachmannschaft über die, sagen wir mal, Eigenart der Fracht, der Ladung, die da transportiert wurde, unterhalten. Nein, habe ich auch nicht gemacht. Habe ich auch nicht gemacht. Eine Frage noch. Wer hat Sie eigentlich benachrichtigt, wann und wie die Züge, die bei Ihnen und in Auschwitz auf dem allgemeinen Bahnhof ankamen, nach Auschwitz in das Lager auf die Rampe gefahren werden sollten? Das ergab sich daraus, dass mir der große Wehrmachtsfrachtbrief vorgelegt wurde und dass doch die Waffen-SS, die Bewachung doch bei den Zügen dabei war. Das genügte doch schon. Da konnte man doch ersehen, dass diese Transporte ins Lager gefahren werden. Ich habe nicht so viele technische Kenntnisse über Eisenbahnwesen wie der Herr Ergänzungsrichter. Aber es kommt mir doch merkwürdig vor, dass die SS dienstliche Anweisungen der Bundesbahn beziehungsweise damals der Reichsbahn erteilte. Das ist doch etwas merkwürdig. Das haben Sie eben gesagt. Anders heißt das ja nichts. Ich habe mit dem eigentlichen Transport in das Lager ja gar nichts zu tun. Das war ja dann das Hineinfahren der Züge in das Lager. Das waren doch rein betriebliche Angelegenheiten. Und das hat Sie nicht interessiert? Nein, das ging mich überhaupt gar nichts an. Ob Sie das was anging, habe ich nicht gefragt. Ob Sie das nicht interessierte? Naja, also wir haben bestimmt gefragt, nachdem die ersten Transporte eintrafen, was eigentlich hier los ist. Denn wir sind ja nicht verständigt worden. Wir hatten ja überhaupt keine Ahnung davon. Doch, das haben Sie heute Morgen anders gesagt. Verständigt sind Sie worden, nicht wahr? Naja, ich bin verständigt worden durch den Zugführer, der mir die Frachtbriefe, den großen Wehrmachtsfrachtbrief abgegeben hat. Ach so meinten Sie das? Jawohl. Aber ansonsten hatten wir keine Ahnung, wenn irgendwelche Transporte in das Lager gefahren werden sollten. Da sind wir grundsätzlich nicht informiert worden. Und eine letzte Frage noch. Sie sagten heute Morgen, Herr Zeuge, das Begleitpersonal, das Bewachungspersonal hätte nur aus SS-Angehörigen gestanden. Ich frage Sie und ich bitte Sie einen Moment nachzudenken. Wollen Sie bei dieser Antwort bleiben? Ja, ich bleibe bei dieser Antwort. Denn das Bewachungspersonal, das an dem Zuge entlang stand, die trugen alle miteinander SS-Uniform. Wollen Sie nicht lieber sagen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern? Ja, ja. Ich meine, wenn der Zeuge hundertprozentig diese Aussagen machen kann, muss er es ja mit seinem Gewissen vereinbaren. Von Seiten der Verteidigung, von Seiten der Angehörigen, Herr Rechtsmann, Dr. Eggert. Herr Zeuge, als Sie das eine Mal mit ins Lager hineingefahren sind, dann müssen Sie doch den äußeren Ablauf der Dinge mit haben beobachten können. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit mal auf die Karte lenken, dort, wo das Eingangstor ist, hat doch der Zug mit der Rangierlokomotive, auf der Sie sich befunden haben, sicherlich gehalten, oder? Ich will Sie nicht den Mund legen. Nein, die Lokomotive, die, wenn ich das mal zeigen darf, die ist hier vorgefahren und hat hier an diesem Ende statt. Herr Zeuge, unten meine ich zunächst einmal, ist jetzt angekommen. Ja, ja, natürlich. Hier ist die Lokomotive, also die Zugspitze gewesen, und dann ist der Zug hier reingefahren. Bevor er reingefahren ist, drängt sich doch für den Laien zunächst einmal die Vermutung auf, dass der Zug da nicht einfach reinfahren konnte, sondern dass da vorne am Tor erst etwas erledigt werden musste. Und genau das möchte ich nun wissen, was sich da getan hat. Oder ist er in einem Zug vom Bahnhof oder Güterbahnhof Auschwitz durchgefahren und die Lokomotive hat erst wieder gehalten, als er da oben in der Nähe der Krematorien stand? Das war gar nicht möglich. Der Zug konnte hier, wenn er im Bahnhof Auschwitz stand, nicht in einem Zuge hier durchfahren. Er musste erst in den Vorbahnhof, der nach 1943 neu erstellt worden ist, dort musste der Zug erst hineinfahren. Ein Vorbahnhof? Wo war der Vorbahnhof? Ja, also wenn ich hier den Bahnhof Auschwitz annehme, hier unten, dann war hier 1943, also in Richtung, nach Westen, in Richtung Topper, ist ein neuer Bahnhof gefertigt worden mit Rangiergleisen und Zugbildungsgleisen und so weiter. Und da ist der Zug erst hier rausgestoßen worden und dann konnte der Zug erst hier reinfahren in dieses Lager. Ja, nun meint aber der Herr Rechtsanwalt, ob der Zug an dem Tor, an dem Eingangstor von Birkenau hat halten müssen. Zweifellos, denn das Tor, das war doch verschlossen. War doch verschlossen. Und dann will der Herr Rechtsanwalt wissen, ob dann, nachdem er gehalten hat, irgendwelche Formalitäten zu erledigen gewesen wären, damit der Zug freie Fahrt in das Lager bekam. Meines Erachtens nicht, wenn hier das Tor dann geöffnet worden ist, hier von den Leuten der Waffen-SS. Dann haben die auch doch dem Lokführer den Auftrag gegeben oder zumindest gesagt, bitte fahren Sie weiter. Ja, Sie haben es doch einmal miterlebt, Herr Zeuge. Können Sie sich noch daran erinnern, wie es da gewesen ist? Ja, ob Sie da vielleicht einen Ausweis vorzeichen mussten oder einen Frachtbrief vorzeichen mussten oder ob irgendein Befehlsempfänger da war oder ob von der Begleitmannschaft jemand vorgetreten ist und hat irgendetwas so, will das der Herr Rechtsanwalt, wenn ich ihn recht verstehe. Die Begleitmannschaft ist ja auch mit dem Zug doch zumindest hier reingefahren. Ja, da war doch sicher auch ein Zugkommandant dabei. Ja, das nehme ich stark an. Das nehme ich auch an. Und dieser Zugkommandant, der wird doch sich irgendwo haben melden müssen. Und er wird doch irgendwo haben, sagen müssen, also jetzt habe ich hier einen Transport mit so und so vielen Menschen und auf der Fahrt nach Auschwitz. Ja, das ist zweifellos dann hier. Haben Sie das nicht erlebt? Da kann ich mich nicht dran. Können Sie sich nicht darauf erinnern. Noch eine Frage. Keine Frage mehr. Sonst noch eine Frage? Bitte schön. Mir ist etwas heute Morgen nicht klar geworden. Eine Ihrer Antworten an den Herrn Nebenklägern, Rechtsanwalt Ormond. Sie hatten auf Befragung gesagt, dass die früheren Transporte vor den Ungarnstransporten einfach in das alte Lager auf ein Gleis des Lagers gefahren worden wären und dass Sie davon gar nichts gehört hätten. War das so richtig? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wohin die Wagen gefahren worden sind. Ja, und Sie hätten von den Transporten überhaupt nichts gehört. Die seien Ihnen gar nicht gemeldet worden. Nein, gar nicht. Ja, das ist mir nicht ganz klar. Und zwar deswegen. Sie sagten doch, dass Sie Leiter der Güterabfertigung waren. Das war ich nicht. Stellvertreter, Leiter. Jawohl. Ja. Also Stellvertreter des Chefs da. Und Sache der Güterabfertigung, Sie sagten ja den Namen schon, Abfertigung, ist doch auch, dass kontrolliert wird, welche Güter ausgeliefert werden. Wenn es ganze Waggons sind, wird das auch abgefertigt. Dafür gibt es einen Frachtbrief. Stimmt das? Ganz recht. Und es ist ja doch im Reichsbahnbetrieb, genau wie heute im Bundesbahnbetrieb, völlig undenkbar, dass die Zugleitung etwa, nehmen wir an, hier in Frankfurt, Sie sind ja hier in Frankfurt tätig, in die Großmarkthalle Waggons reinfährt, ohne dass die Waggons abgefertigt sind. Das ist undenkbar. Folgen Sie mir da insoweit? Ja, natürlich. Eben, natürlich. Und deswegen halte ich Ihnen vor, war es auch dort undenkbar, dass Waggons von der Zugleitung irgend auf ein Lagergleis weggefahren wurden, ohne dass die Güterabfertigung davon benachrichtigt wurde, ohne dass die Güterabfertigung die Frachtbriefe vorprüfen, abfertigen und nachher nach oben schicken konnte. Ich will damit sagen, was Sie heute Morgen Herrn Ormond gesagt haben, glaube ich Ihnen nicht. Doch, wie in diesem Fall hier, als die Transporter aus Ungarn gefahren sind. Ich meine jetzt nicht die Ungarn-Transporter, sondern die früheren Transporter, von denen Sie gesagt haben, da haben wir gar nichts zu sehen, da haben wir gar nichts von gehört, die wurden einfach da hingefahren zu dem Lager auf ein anderes Gleis. Die Frachtbriefe müssen Sie doch gekriegt haben. Nein, wir haben keine Frachtbriefe bekommen. Und haben Sie keine Meldung gemacht, dass im Bereich des Güterbahnhofs Auschwitz ein Güterverkehr stattfindet, der allen Bestimmungen der Reichsbahn widerspricht, wobei nicht einmal festzustellen ist, ob die Fracht bezahlt wird? Ja. Das wären ja praktisch schwarze Waggons gewesen, die im Netz der Reichsbahn hin und her geschoben worden wären. Sie sind doch alter Beamter, das muss Ihnen doch klar sein. In welcher Form die Abrechnung erfolgt, das weiß ich nicht, das habe ich nicht gewusst. Aber Ihre Aufgabe war doch festzustellen, dass die zugehörigen Frachtbriefe da waren. Das waren nicht meine Aufgaben. Und dann, wer war denn, wessen Aufgabe war es denn dann? Das ist die Güterabfertigung. Ja, die Güterabfertigung, gewiss. Eben, da waren Sie tätig. Das haben Sie selbst gesagt. Sie können mich doch jetzt nicht verantwortlich machen, wenn hier in das Lager... Frage Sie ja nur. Oder war es so, dass da einfach befohlen worden war, da habt ihr euch nicht drum zu kümmern? Das ist nicht befohlen worden. Nicht befohlen worden. In welcher Form die Züge, die vor Mai 1944 nach Auschwitz gefahren worden sind, wie in welcher Form die abgefertigt worden sind und abgerechnet worden sind, das entzieht sich meiner Kenntnis. Wie wurde denn, wissen Sie denn wenigstens, wie ein Waggon abgefertigt wurde, der mit Lebensmitteln in das Lager reinkam? Der kam auf Frachtbrief. Der kam auf Frachtbrief? Der Frachtbrief, der ging ein, der wurde abgestempelt, der ist verbucht worden und lief auf das Konto der Waffen-SS, die musste ja dann die Fracht bezahlen. Und von den anderen wissen Sie nicht? Nein, das haben wir keine... Ist Ihnen bekannt, dass auch Griechentransporte kamen? Das weiß ich nicht. Das sehe ich heute hier zum ersten Mal. Die sogar Sammelfahrkarten hatten? Ist mir nicht bekannt. Das wissen Sie auch nicht. Dankeschön. Das waren ja auch dann keine Müderzüge, sondern mit Personenfahrkarten. Ja, und es wurde uns gesagt, dass die Fahrkartenaufgaben auch zu dem gleichen Bereich gehören. Herr Staatssekretär, darf ich in dem Zusammenhang eine Frage an den Angeklagten stark stellen? Bitte schön. Herr Stark, was für Züge kamen, solange wie Sie in Auschwitz waren, mit Häftlingen an? Personenzüge oder Güterzüge? Nur Personenzüge. Nur Personenzüge? Danke. Eine Frage an den Zeugen. Haben Sie auch mit der Abfertigung von Personenzügen etwas zu tun gehabt? Gar nicht. Danke. Sind sonst noch Fragen zu stellen? Werden bezüglich der Beeitigung Anträge gestellt? Ja, ich widerspreche der Beeitigung aus § 60, Ziffer 3. Das scheint immerhin der Beeitigungsverdichtung. Ich muss das Gericht beraten. Wo ist die Außerung der Frau? Guten Tag. Slowly. SANGIE KTROMBŭ Zurück. Damian. JAGE. PUTIFLY Für nicht das Mutter auf verbatil muss. Einst Torced Recht zu verraten wird. Gefahren im Achseleidigung.